Gerob, geh rein, geh rein! Oliver Glasner ist ein ehemaliger oberösterreichischer Fußballspieler. Er hat letztes Jahr Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Sieger gecoacht, war bis zum Ende der Saison 2019 Cheftrainer des LASK. Vergangenen Samstag kam er zurück auf den Rasen der Linzer. Einen Star zu haben ist für ein Heimatbundesland immer etwas sehr, sehr Schönes. Und noch dazu, wenn es einer ist, der so am Boden bleibt wie der Oliver Glasner. Er ist halt das Beispiel, wie ich sagen, eines echten Oberösterreichers. Bescheiden, schiebt mit dem Hirn an und weiß, wovon er spricht. Unauftringlich und kein Schreihals. Ein echtes Vorbild, und ich kann mir vorstellen, für jeden Spieler ein Vorbild. Und hier in der Raiffeisen-Arena hat der LASK Eintracht Frankfurt zum Freundschaftsspiel begrüßt. Mit LT1 konnte man das live verfolgen, kommentiert von Sportchef Wolfgang Irrer. Seine Co-Kommentatoren zwei aktive LASK-Spieler. Die wechselten verletzungsbedingt für jeweils eine Halbzeit von der Bank zum Bildschirm. In der ersten Halbzeit wird der Hussein Balic in mir setzen. Da machen wir einen fliegenden Wechsel, dann kommt der Philipp Wiesinger. Zwei völlig unterschiedliche Typen, sowohl vom Spiel als auch von der Rhetorik. Ich bin schon sehr gespannt. Es hat riesig Spaß gemacht, es ist einfach mal was anderes. Und ja, ich sehe die Jungs von einer anderen Seite. Von einer anderen Seite sah man auch Redakteur Patrick Grünzweil. Diesmal nicht hinter, sondern vor der Kamera. Er war als Field Reporter im Einsatz. Wir haben probiert, dass wir... Das organisatorische Rundherum, dass das alles funktioniert, das ist eher die Herausforderung. Als Redakteur hat man immer wieder bekannte Gesichter vor dem Mikrofon. Das ist man mittlerweile gewohnt. Da ist eher der Umstand, dass man live ist. Das macht das Ganze dann umso aufregender. Ja, und aufregend wird die kommende Saison auch für die Schwarz-Weißen. Die haben sich einige neue Gesichter ins Team geholt. Grundsätzlich sind wir aber mit dem Kader fertig. Also es müsste wirklich schon einiges passieren, dass wir hier nur einmal reagieren. Und ich bin guter Dinge, dass wir im kommenden Jahr oben wieder mitspielen. Nämlich unter den ersten Sechs. Die Top 6 also als Ziel für die Linzer. Beim Freundschaftsspiel haben sie Eintracht Frankfurt mit einem Unentschieden wieder nach Hause geschickt. Die Töne-Töneur Vielen Dank.